Wir sind SPS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sps.com.au slash german. Bei uns zu Gast ist heute Klaus Ackermann, Dozent und Wissenschaftler an der Monash University. Und Klaus, du forschst im Bereich Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik unter anderem. Hallo Klaus. Hallo. Willst du dich zu Beginn vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Ja, hallo. Mein Name ist Klaus Ackermann. Ich bin ursprünglich aus Österreich und arbeite seit 2018 an der Monash University im Department of Econometrics. Auf Deutsch wäre das Department für Ökonometrie. Eines deiner Spezialgebiete ist der Bereich Machine Learning und Big Data. Und zu Beginn würde ich dich gerne fragen über die Menge an Daten, die wir jeden Tag im Internet ja hinterlassen. In einem deiner vielen Forschungsberichte hast du Internetdaten weltweit gemessen, also wann ein Gerät online ist oder offline war. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wie macht man denn diese Internetdaten messbar und vor allem wer hat denn darauf Zugriff auf diese Daten? Also können wir alle sehen, wann wer wo online ist? Naja, theoretisch wäre es für jeden möglich zu sehen, wann wer andere online ist. Also wenn du die Adresse deines Freundes weißt, die Internetadresse, kannst du jeden beliebigen Computer öffnen, ein Terminal aufmachen und ein simples Programm starten namens Ping und du sendest ein kurzes Signal. Und wenn dein Freund das nicht deaktiviert hat, wird er auch zurück antworten, ja ich bin da. Also das sind diese IP-Adresse, oder? Ja, genau, diese IP-Adressen. Also wenn ich jetzt deine IP-Adresse weiß, kann ich sehen, aha, der Klaus ist online. Genau. Okay. Und normalerweise sind alle Computer darauf eingestellt, dass sie auch darauf antworten. Also wenn ein Computer eine Frage bekommt, bist du da, meldet der Computer zurück, ja ich bin da. Aber nicht wo er ist? Nein, es ist nur eine Antwort, ja ich bin da. Ja oder nein? Ja. Und eine deiner Forschungen war dann zu messen, wann zum Beispiel Regierungen, Beispiel Russland, der Iran oder China, um einige wenige zu nennen, wann diese Internetzensur betreiben. Also das heißt, bestimmte Apps und Internetseiten werden dann geblockt von der Regierung. Und in einer deiner Forschung hast du dann herausgefunden, dass zum Beispiel vor Wahlen, und zwar oftmals tagelang, überhaupt gar keine Internetverbindung vorhanden war, oder? Genau. Also man muss so zwischen unterschiedlichen Arten der Internetzen zu unterscheiden, ja. In restriktiven Regimen ist oft Radio und Fernsehen kontrolliert. Das Internet ist sozusagen die Bastion, die sie nicht kontrollieren können. Das heißt, es wird oft versuchen für Regierungen, Eingriff auf das Internet zu nehmen. Die einfachste Form ist, es einfach komplett abzuschalten. Sagt er, es gibt einen Leitungsfehler, das Internet funktioniert nicht mehr. Dadurch, dass aber sehr viele Regierungsoperationen und sonstiges ökonomisches Leben abhängig ist vom Internet, ist es eine sehr restriktive Maßnahme. Das heißt, mit der Zeit haben Regierungen gelernt, wie man die Meinung beeinflussen kann, dass es nichts auffällt. Und eine Möglichkeit davon ist eben, das Internet zu verlangsamen. Es ist ja so, jeder, der zu Hause weiß, in Australien vor allem, Sonntagabend, das Internet wird langsamer. Es sind einfach zu viele Leute online. Und es ist mit NBN besser geworden, aber bevor NBN kam, in Australien, Sonntagabend, das Internet war immer extrem langsam. Das hat dazu geführt, dass dann irgendwann die Leute gesagt haben, na, ich mache jetzt was anderes. Ich bin jetzt nicht im Internet. Und genau das gleiche Gefühl wird absichtlich erzeugt. Das heißt, kurz vor Wahlen wird das Internet verlangsamt. Das führt dann dazu, dass wenn man sich über den nächsten Kandidaten informieren möchte, man eben nicht im Internet sucht, sondern man sich das staatliche Fernsehen anschaut. Was dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Regierungskandidat gewählt wird, viel höher ist als der von der Opposition, der keine Sendeminuten bekommt. Und diese Praxis ist in der hingegen, ist eigentlich weit verbreitet. Also angefangen hat alles, die ersten Informationen darüber gab es im Iran. Und im Iran war das so, dass abhängig vom Internet-Service-Provider das Internet verlangsamt wurde. Was da teilweise dazu geführt hat, was ich jetzt vom iranischen Kollegen, was wir so erzählt haben, ist, dass teilweise Nachbarn langsames Internet hatten, aber sie noch nicht. Und dann innerhalb von ein paar Stunden war es auch bei ihnen langsam. Und dann vier Tage später, wenn es dann plötzlich wieder besser gegangen ist, ging es bei dem Nachbarn wieder schneller, aber bei ihnen war es immer noch langsam. Weil halt die Internet-Service-Provider unterschiedlich schnell reagiert haben. Sobald der Befehl gekommen ist, Internet verlangsamen, dann wurde das Internet verlangsamt. Aber das könnt ihr nicht messen, oder? Du sagst ja, ihr könnt sehen, ist der Computer online, ja oder nein? Wir können das messen. Ah, ihr könnt das auch messen, wenn es gedosselt ist. Das ist genau, wieso man dann Statistik braucht. Also die Messungen, die wir hatten und auch wenn wir jetzt selbst messen, wir messen ja nicht jeden Computer individuell. Wir nehmen eine Stichprobe. Du kannst es so vorstellen, als wenn du eine Wahlumfrage machst, fragst du ja auch nicht jeden einzelnen Wähler, um herauszufinden, wie gewählt wird. Du nimmst eine Stichprobe. Und genau dasselbe machen wir auch. Wir nehmen eine Stichprobe von zufällig ausgewählten IP-Adressen, also zum zufälligen auf den Computern. Und daraus errechnen wir dann, was ist die Durchschnittsgeschwindigkeit in dieser Region. Und wenn sich dann plötzlich diese Durchschnittsgeschwindigkeit extrem verändert, da passiert irgendetwas. Was es genau ist, das kann man von vornherein nicht sagen. Wir sehen nur die Messungen, es hat sich etwas extrem verändert. Also wie ich das das erste Mal gesehen habe, war das so eine starke Abweichung, dass ich mich erinnern kann, als ich im Doktorat noch, habe ich einen von den älteren Ökonometrikern gefragt, naja, was soll ich denn da für eine Methode verwenden? Und er so, naja, das ist so ein starker Ausschlag, jede einfachste Methode wird das anzeigen. Hast du Beispiele? Wahlen oder Länder? Ja, also zum Beispiel, also historisch gesehen, also zum Beispiel in Iran, wenn man sich zehn Jahre zurückerinnert, grüne Revolution. Das war 2011. Und dann 2012, glaube ich, war das dann das einjährige Anniversary, also das einjährige Jubiläum. Und bevor diesen Jubiläum ist plötzlich das Internet langsam geworden. Aber nicht überall. Nur in gewissen Regionen, wo sie eben vermutet haben, dass etwas passieren wird. Wenn wir jetzt noch auf heute gehen, also wir arbeiten auch inzwischen mit UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte zusammen, UNO-HSR. Und denen haben auch eine Kooperation und informieren den eben täglich über aktuelle Messungen. Und die hatten vor einer Zeit ein Beispiel, wo es eben in Burkina Faso, kurz vor der Wahl, das Internet verlangsamt wurde. Zufälligerweise war zu diesem Zeitpunkt gerade die Hochkommissarin dort im Land und konnte dann eigentlich zur Regierung sehen, ja, wir wissen, dass sie das Internet verlangsamt für die Wahl. Hört's auf. Und dann konnte die Regierung nicht Nein sagen und dann haben wir aufgehört damit. Also, es war ein Zufallsereignis, mehr oder weniger, ja. Ja, jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wie in der Zukunft mit der ganzen Technik, die jetzt ja immer weiter sich entwickelt und Stichwort Elon Musk und Starlink, kann man da vielleicht eine Technik einsetzen, um dieser Drosselung zu entkommen und das einfach zu umgehen, dass man sagt, okay, wenn das Internet ausfällt, dann haben wir einen Plan B parat, wie jetzt zum Beispiel Elon Musk's Starlink, wo man dann quasi diese Satelliten-Internet-Verbindung bekommt? Naja, also, bei Starlink, dort ist es ja so, dass da sozusagen die Verbindung zum Internet, sagen wir so, es wäre jetzt zum Beispiel in Regional Australia, zum Satellit, ja, und dann gibt es irgendwo eine Base Station und von der Base Station, wo das Signal dann wieder auf die Erde ankommt, dort geht es dann ins Internet. und das heißt, es ist also schon theoretisch möglich, das Satellitensignal zu stören, ja. Okay. Also, das ist natürlich möglich, ja. Also, die Regierungen könnten immer noch eingreifen. Das wäre natürlich möglich, genauso wie du Mobilfunk stören kannst oder sonstige Signale, ja, das geht ja alles durch die freie Luft, natürlich wäre es möglich, diese auch zu stören, ja. Vielleicht nicht so einfach, großflächig, aber möglich ist es. Ja, du hast es angesprochen, in diesen Gebieten wird dann gehofft, dass die Leute vom Internet quasi wegkommen und das Staatsfernsehen einschalten, wo dann natürlich Propaganda läuft und gezielt diese Politik oder diese Propaganda gestreut wird. Wie gefährlich ist es denn, dass Regierungen nun auch die Waffe, ich nenne es Waffe Social Media und das Internet dafür nutzen können, gezielt durch Machine Learning Personen zu finden, die beispielsweise leichter zu manipulieren sind und diese dann von bestimmten Ideologien zu überzeugen. Vielleicht zurück, also mit Social Media, ja. Der andere Grund, wieso du Internet verlangsamst, ist ja auch zu verhindern, dass Leute über Social Media Videos oder Fotos hochladen. Zum Beispiel für Proteste möchtest du ja nicht deinem Volk zeigen, dass es da einen Aufstand gibt, und du möchtest ja nicht, dass die Fotos und Videos rauskommen. Zum Beispiel, das war der Fall in Myanmar, wo täglich um Mitternacht das Internet abgedreht wurde, während dann die Gräuildaten basiert sind, damit es ihm keine Zeugen gibt. Also das ist sozusagen das andere Extrem. Also man verlangsamt das Internet sozusagen, um den Fluss von Informationen zu verhindern von vor Ort. Wenn jetzt sozusagen die Regierung hergeht, okay, wir gehen jetzt über in das, was sich eine Counterinformation nennt, wo sie selbst Nachrichten platzieren. Ja. Das ist sozusagen dann die letzte Stufe von Zensur. Und weil du angesprochen hast, Machine Learning, ja. Also vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was Machine Learning ist, Machine Learning ist eine statistische Technik, die darauf beruht, Zusammenhänge in Daten zu finden, wo man weiß, dass sie existieren, man kann sie aber nicht genau beschreiben. Also in der Physik wissen wir, okay, es gibt eine gewisse Formel, und mit dieser Formel können wir die Schwerkraft berechnen, oder können wir berechnen, wie lange es dauert, bis ein Objekt am Boden aufkommt, ja. Und das ist eine direkte Formel, ja. Was Machine Learning in diesem versuchen würde, ist, okay, wir haben Messungen von Hunderten von Objekten, wie sie auf den Boden fallen, und anhand von diesen Objekten versuchen wir uns jetzt die Formel der Schwerkraft zu approximieren, ja. Um eben zu berechnen, okay, die Erdanziehung ist so und so, ja. Das ist sozusagen Machine Learning, ja. Also Machine Learning ist sozusagen eine Methode, um Strukturen in Daten zu finden, wo Leute denken, es sollte einen Zusammenhang geben, aber wir können ihn nicht genau beschreiben, ja. Und dasselbe geht es natürlich auch darum, wenn man so denkt, wer in der Bevölkerung ist leichter manipulierbar und wer nicht. Vielleicht weniger dunkel, ja, sagen wir zum Beispiel jetzt, es gibt ja bald ein Referendum, ja. Wer ist noch überzeugbar? Wer hat seine Meinung noch nicht gefestigt, ja. Das wäre zum Beispiel theoretisch eine Möglichkeit, ja. Und das heißt, man muss halt irgendwie definieren können, woran erkennt man, dass eine Person sich seine Meinung ändert, ja. Vielleicht, vielleicht von Interviews, ja. Vielleicht macht man eine Mini-Umfrage, ja. Fragt 10.000 Leute. Und von den 10.000 Leuten erfährt man dann, okay, die sind gefestigt, die haben noch keine Meinung, ja. Also man hat zwei Antworten, man hat mehr oder weniger zwei Antworten. Gefestigt oder können noch verändert werden, ja. Und dann versucht man eben, über die Leute herauszufinden, was man noch weiß. Wie alt sind sie? Wo wohnen die, ja. Was für ein Einkommen haben die, ja. Wie schaut der Freundeskreis aus, ja. Das heißt, Machine Learning versucht dann, aus all diesen Informationen, vorherzusagen, was die 10.000 Leute machen würden, ja. Haben sie eine gefestigte Meinung oder sind sie schon, sind sie noch manipulierbar oder können ihre Meinung noch ändern, ja. Das ist meine Frage, kann es irgendwann dahin gehen, dass wir diese Maschinen so programmieren können, dass sie nur dein Facebook, Instagram Profil sich anschauen und sehen, okay, dieser Mensch liked bestimmte Beiträge, dieser Mensch hat eine bestimmte Gruppe an Followern oder folgt diesen Menschen, die so und so eine Einstellung haben. Geht es in die Richtung, dass die dann wirklich diese Personengruppe identifizieren können und dann auch gezielt Werbung für bestimmte Sachen ausspielen können? Naja, das ist ja genau das, was passiert auf Facebook oder Instagram. Mit Marketing, natürlich. Mit Marketing, ja. Also Marketing ist ja inzwischen so weit fortgeschritten, dass du als Werber dir aussuchen kannst, an wem du Werbung schicken möchtest, ja. Und Instagram hat eben das Profil, ja. Du bist die Altersgruppe, das Geschlecht, sprichst die Sprachen, ja, und wohnst in dieser Gegend. Und du kannst eben ganz gezielt auswählen, wer deine Werbung sieht. Und genau das Gleiche können natürlich auch politische Parteien machen, ja, die können auch ganz gezielt Werbung schalten. Und das passiert aktuell und das funktioniert natürlich. Das funktioniert und das passiert auch. Ja, das passiert auch, ja. Also auch wenn man jetzt auch mit österreichischen Unternehmen redet, hier, also hin und wieder, ja, die sagen mir auch, ja, sie auch schalten Werbung für das österreichische Restaurant Gastos und Queens, auch zum Beispiel über Instagram, eben weil es eben Leute gibt, die es interessiert, okay, österreichisches Essen, okay, gehen wir dorthin, ja. Klar. Und genauso wie das Essen funktioniert, funktioniert es auch für politische Parteien. Siehst du da ein Risiko darin? Naja, das Risiko ist halt, sieht man dann nur noch Werbung über Instagram oder hat man auch Alternative, also wie Staatsfernsehen, ja, wo man halt dann wirklich weiß, das ist neutral. Also wenn dann plötzlich dann die staatlichen Radioprogramme oder staatlicher Journalismus verschwindet, dann wird es halt schwierig, weil dann ist man halt nur noch vom Marktinteressen abhängig, ja. Und das Marktinteresse muss nicht unbedingt übereinstimmen mit dem Informationsinteresse, ja. Du hast angesprochen in unserem Vorgespräch, dass du in den USA gelebt hast. Ja. Wann war das? Das war 2016 bis 2018. Du hast auch dort dann den Wahlkampf hautnah mitbekommen? Ja, ich habe den Trump-Wahlkampf live miterlebt. Welche Rolle hat da Machine Learning gespielt? Also ich war sozusagen am, ich war als Postdoc am Center for Data Science und Public Policy in der University of Chicago und mein Chef sozusagen, ja, das ist der Raid Ghani, das war der ehemaliger Chief Data Scientist von der Obama-Campaign. Spannend, ja. Und ich habe uns halt öfters erzählt, wie das war, halt so, okay, wir haben das Machine Learning in Wahlen verwendet, ja. Und dort war es halt so, dass sie eben genau Umfragen gemacht haben, um herauszufinden, haben sich die Leute schon registriert oder noch nicht? Und das größte Problem in den USA ist, die Leute zu mobilisieren, dass sie sich registrieren für die Wahl. Und die haben eben Machine Learning verwendet, um Leute eben dazu zu bringen, dass sie sich registrieren. Und das war, er hat eben für die Demokratische Partei gearbeitet und die Demokratische Partei weiß halt, dass die ganzen Republikaner auch von sich aus registrieren, nur die demokratischen Wähler haben eher diese Eigenschaft, eben nicht, sich nicht zu registrieren. Und das heißt, solange sie die Leute zu bringen, sich zu registrieren, ist es ein Vorteil für sie. Wie haben Sie das Ganze dann umgesetzt? Also wie haben Sie versucht, diese Leute zu erreichen? Na, teilweise mit Wahlhelfer. Also sie haben dann wirklich versucht herauszufinden, welche Straßen haben sich die Leute nicht registriert und haben dann wirklich Wahlhelfer hingeschickt, um von Tür zu Tür zu gehen, um die Leute zu bewegen, sich zu registrieren. Aber da kommt doch auch irgendwie dieser Aspekt der Datenschutz für mich in den Kopf, oder? Also das sind meine sensiblen, persönlichen Daten, die ich nicht gerne teile und schon gleich fünfmal nicht mit der Regierung, oder? Ja, die haben einen Datensatz konstruiert aus den öffentlich verfügbaren Wählerarchiven. Also mehr oder weniger so eine Art Melderegister für Wahlen. Und aus diesen haben sie halt dann herausgefunden, für die ganze USA haben die einen Datensatz erstellt, wer ist aller wahlberechtigt. Und ja, das ist halt in den USA möglich, dass du dir so einen Datensatz erstellst. Vielleicht für die Zukunft noch einen Ausblick, wohin, glaubst du, entwickelt sich die ganze Richtung Internet und dann auch, wie du es angesprochen hast, Staatsmedien, Fernsehen, Propaganda in der Welt, in der wir heutzutage leben. Was ist deine Zukunftsprognose? Puh, das ist schwer. Das ist schwer. Mit all der Technik, die natürlich jetzt auch noch entwickelt wird. Ja, ich meine, es ist ja die Frage, ob Leute bereit sind, für neutrale Information zu zahlen. Und ich denke, daran wird es hängen. Also, ob staatliche Programme es schaffen, mehr digitale Informationskanäle zu bespielen oder nicht. Sagt Klaus Ackermann, Dozent für Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik an der Monash University. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.